Hallihallo, schön, dass du vorbeischaust. Hier ist Teresa von Samydolls. In dieser kleinen Videoserie will ich dir all die Nähgrundlagen und Tipps zeigen, die man braucht, um all meinen Schnittmustern und Videoanleitungen mit viel Freude und Selbstvertrauen zu folgen. Mir macht Nähen einfach so viel Spaß und ich hoffe, dass ich dich auch dazu animieren kann, mit dem Nähen loszulegen oder die alte Nähmaschine aus dem Keller oder vom Dachboden wieder herunterzuholen. Alle anderen Videos in dieser Serie sind unten in der Videobeschreibung verlinkt und jetzt geht's los. In diesem Video schauen wir uns an, welche Nähmaschinen-Nadel man braucht, für welchen Stoff, für verschiedene Projekte und wir schauen uns auch an, wie man die Nadel wechselt, wenn man denn eine neue wieder rein machen möchte. Hier sind die beiden Nadeln, die ich am meisten benutze, eine Universal-Nadel in der Stärke 80 und die Jersey- oder Kugelspitzen-Nadel für meine Puppenkörperchen. Da wir uns gerade mit Nähnadeln beschäftigen, wollte ich mir mal die Nadel etwas genauer anschauen und zwar ist das hier die abgeflachte Seite der Nadel, der Nadelkolben, das ist die runde Seite. Die abgeflachte Seite geht immer nach hinten, wenn man die Nadel einsetzt. Hier ist der Schaft, die Fadenrinne, das Nadelöhr und die Nadelspitze und von der Seite sieht man hier die Kehle und hier kann man sehen, wie die verschiedenen Nadeln aussehen. Im Detail ist die Universal-Nadel und die Jersey-Nadel, das sind die beiden, die ich immer benutze. Die hat dieses Kugelspitze hier und das ist die Spitze-Spitze. Stretch-Nadel, Jeans, Mikrotex, Mikrotex, Leder und Handicap-Nadel. Und hier weiter oben kann man sehen, wenn man dann ein Nadelkästchen kauft, Nadelpäckchen kauft. Da kann man hier die Nadelart oder Stoffart sehen. Hier ist dann die Zusatzbezeichnung für die Nadelspitze, die Kehlenart, das ist alles nicht so wichtig, das Nadelsystem. Also was wir brauchen ist hier die Nadelart oder Stoffart, für die man die Nadel braucht und die Nadelstärke. Also ich benutze meistens, wenn ich eine Jersey-Nadel benutze, die Stärke 70 oder 80. 70, wenn ich möchte, dass, wenn der Jersey eben feiner ist oder wenn ich dünne, kleinere Stiche haben möchte, aber 80 ist eigentlich eine gute mittlere Größe. Dann gibt es hier noch das Schmetznadel-ABC. Ich werde all diese Links hier auch unten im Video verlinken, damit ihr euch das nochmal genauer anschauen könnt. Hier gibt es dann die verschiedenen Nadeln. Die Universal-Nadel, die benutze ich meistens für meine Baumwollstoffe, für Puppenkleider und so weiter. Dann nehme ich auch die Größe 80, kaufe ich immer ein Päckchen mit fünf Nadeln. Größe 80, das ist eine ganz gute mittlere Größe oder dicke. Manchmal benutze ich auch 90 oder sogar 100, wenn ich dickere Stoffe nähe, wenn ich irgendwie Kissen nähe oder Jeans-Stoffe, oder naja, für Jeans-Stoffe gibt es auch spezielle Jeans-Nadeln, aber wenn ich irgendwelche dickeren Sachen, dickere, schwerere Stoffe nähe. Dann gibt es hier die Stretch-Nadel, die benutze ich eben auch manchmal nicht so oft. Meistens die Jersey-Nadel hier für die Puppenstoffe. Ganz klasse. Größe 80, 70 oder 80 benutze ich meistens dafür. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch noch die anderen Sachen alle anschauen, hier für Jeans-Nadel und so weiter. Ich finde das ganz klasse, dass ich das hier gefunden habe, weil manchmal stehe ich im Geschäft vor den ganzen verschiedenen Nadeln und weiß nicht, was ich aussuchen soll. Ach, hier haben wir auch noch mal verschiedene Farbkodierungen, die dann bezeichnen, was für eine Nadelstärke und Nadelart es ist. Das muss man vielleicht nicht alles wissen. Aber wer Lust hat, kann sich das hier mal genauer angucken. Dann gibt es noch die Zwillingsnadeln. Die braucht man dann, wenn man eben Zwillingsnadel nähte, Zwillingsnähte nähen möchte. Und ja, das werde ich auch unten verlinken. Und jetzt wechseln wir die Nadel zusammen. Also nehme ich hier meinen kleinen Schraubenzieher oder ein Geldstück geht auch. Mache hier die Schraube locker. Dann kann ich die Nadel rausziehen. Und dann nehme ich die nächste Nadel, die ich jetzt brauche. Ich setze jetzt eine Jersey-Nadel ein, weil ich gleich einen stretchigen Stoff nähen möchte. Und hier kann man sehen, dass die flache Seite und die runde Kolbenseite und die flache Seite geht immer nach hinten, wenn man die Nadel einsetzt. Und dann setze ich die Nadel ein und drücke sie so weit es geht nach oben, halte sie fest und drücke die Schraube die Schraube wieder zusammen. Man sollte die Nadel so alle zwei bis acht Stunden wechseln, Nähzeit. Ich habe auch andere Zahlen gehört, alle acht bis zwanzig Stunden, je nachdem wie intensiv man näht. Aber ich weiß es nicht. Also ich habe es immer so im Gefühl, ich wechsle die Nadel regelmäßig. Ansonsten hat man keine schönen Nähte oder der Stoff fängt an, sich blöd zu benehmen oder es sieht einfach nicht schön aus. Und es macht auch mehr Freude, mit einer scharfen, spitzen, frischen Nadel zu nähen. Im nächsten Video schauen wir uns an, welches Nähfüßchen man für welches Projekt braucht und für welche Naht und welche Stichprogramme es alle gibt und wie man das Nähfüßchen wechselt. Ich hoffe, ich sehe euch dann auch in dem Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und hinterlasse mir einen Kommentar mit deinem Feedback und Video-Wünschen. Wenn du Lust hast, kannst du mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter finden. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!